Ex-Nationalspieler David Odonkor schwebt momentan auf Wolke 7. Der Fußballer und seine Partnerin Marilena haben kürzlich den nächsten großen Schritt gemacht. Ihre Hochzeit fand laut Bild gestern statt. David schwärmte. Unsere Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Marilena ist eine wundervolle Frau. Auch Marilena ist überglücklich und sagte. Ich bin so unendlich dankbar, dass wir nun den Weg gemeinsam gehen. David ist ein absoluter Herzensmensch. Die beiden haben bereits bewiesen, wie stark ihr Team ist selbst als David im Dschungelcamp war, konnte nichts ihre Beziehung erschüttern. Selbst wilde Träume von Dschungelmitbewohnerin Anja Elsner sorgten nicht für Eifersuchtsdramen bei Marilena. Vor seinem Dschungelabenteuer sprach David bereits in einem Interview mit einem Boulevardblatt über seine Freude mit Marilena und den besonderen Ring an seinem Finger, ein Geschenk von ihr. Der Ring symbolisiert die Bedeutung unserer Beziehung. Wir haben ihn gemeinsam in Düsseldorf ausgesucht. Es ist eine schöne Erinnerung an unsere Verbindung, verriet er. David und Marilena sind seit etwa einem Jahr zusammen. Zuvor war David rund 15 Jahre mit seiner Ex-Frau Susan verheiratet.